So, jetzt haben wir dieses ganze Modell, was wir da eben vorne drauf haben, haben wir mal nachgebildet mit zwei Hebeln und zwar auf der rechten Seite haben wir einen ganz kleinen Hebel und der Mann hat es ganz leicht, diesen Hebel zu bewegen und der andere Mann, der muss sich mächtig ins Zeug legen, schön straff halten bitte, der muss sich mächtig ins Zeug legen, seinen dünnen Stock da mit dem langen Hebel dem ganzen entgegenzusetzen. Das entspricht vorne unserem Bild. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal in der Theorie an. Danke meine Herren.